Ich sehe als Trinker, hier werde ich gefilmt. Das kann es nicht sein, auch wenn es der Wahrheit entspricht. Mein neues Bild. Mein neues Bier. Wenn aus Bier ein Bild wird, oder wenn aus Herrn Mayer Herr Weber wird, oder so ähnlich. Wenn aus Bier... Hör auf zu filmen! Schluss jetzt! Mach aus! Ich trinke es ja nicht, ich probiere nur das Eigengießen. Hier kann man sehen, wie diese Bilder entstehen. Erst werden dämliche... Jetzt, wo ich das zeigen will, da filmst du das, was schon fängt. Und jetzt schwenkst du rüber mit einem Tempo. Ich meine... So, alles was gemalt, aber vorher alles konstruiert. Da oben, halt mal da drauf auch. Kunstwerke, aber nicht verwendbar. Damit ich weiß, du schaukelst immer hin und her. Du musst die Kamera ruhig halten. Wichtig beim Film. Ruhig halten. Ja. 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 Ja... Gar nicht, dass man Kamera... Standbild. Aus! Schluss! Bier! Ende! Drück auf Stop! Okay. Bitte! So, fertig? Schließt. 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 Schließt.